Liebe Michaela, lieber Markus, die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann. Auf diese Reise sollen euch unsere Lichtblinke und Wünsche immer begleiten. Ein glückliches Ehepaar, das sind zwei Menschen, die es verstehen, einander zu trösten, einander zu bezahlen, einander hart zu sein, genau im richtigen Augenblick. Lieben heißt, füreinander nah sein, auch dann, wenn jeder mit sich selbst genug zu tun hätte. Den Weg gemeinsam weitergeben, auch dann, wenn man alleine den Einfacheren wählen könnte. Wir wünschen euch, dass ihr einander vertrauen könnt und dass ihr euch einander sagt, was ihr fühlt und denkt. Dass ihr euch Sicherheit gebt und Vertrauen schenkt. Dass ihr euch in der Nähe des Anderen geborgen könnt. Was immer geschieht. Das Glück der Ehe kann man erkennen, dass sich zwei auch in schweren Zeiten aufeinander verlassen können und dass sie es immer wieder verstehen, selbst aus alltäglichem etwas Besonderes zu machen. Wir wünschen euch, dass ihr euch voreinander nie verstecken müsst. Und dass ihr nie voneinander, voreinander verstecken spielt. Mögt ihr voreinander so sein können, wie ihr seid. Mit euren Freuden und Fehlern, mit euren Daumen und mit euren Tränen. Das Glück der Ehe Vielen Dank.